Hallo Leute und grüß euch! Ganz kurz bevor es hier losgeht, eine kleine Erklärung, was es hier geht. Stefan und ich kämpfen in dieser Serie um den ultimativen Titel im Gaming-Business. Wir zocken uns quer durch den Spielegarten und versuchen natürlich so viel wie möglich Genres abzudecken. Am Ende kann natürlich nur einer gewinnen und der ist dann King of Gaming. Wir werden das so in einzelne Folgen unterteilen. Und ohne euch da weiter aufhalten zu wollen, fangen wir an mit Folge 1. Und cooles Intro los! Alles klar? Bist du bereit? Sicher! Oh yeah! Ready to go! Alles klar, alles klar! Wirbel mal das Wheel! Ich wirbel das Wheel! So! Folge 1 von King of Gamer Turnier. HP? Blödsinn! HP gegen Stefan! Alles klar, haben wir das aufgeklärt. So, wir spielen Nithok. Okay, Nithok 1 oder 2. Natürlich 2 und die Map. Sumpf! Okay. Bam, bam! Okay, alles klar. Sumpf! Äh, wir spielen Best of 5. Und los geht's! Okay, ich bin links. Du bist recht. Das Teil macht mich fertig. Yes! Man zieht ja nix! Oh yes! Oh nein! Ich muss schlafen! Demo, okay! Wow! Oh, ich bin's nicht aufgeklappt. Shit! Oh yes! Du musst schlafen! Das war zu schlecht! Fuck! Autsch! Aber du hast keinen Schmerz! Nein! Come on! Scheiße! Oh ja! Bogen durch! Bogen! Degen OP! Ich probiere! Komm mit dem Boden! Oh yes! Degen OP! Hey, wie machst du das? Tja! Oh yes! Oh, ich bin's kalt! Zerspaltet! Tja! Tja! Ich bin so blöd! Am Arsch! Hey, das ist so gut! Bogen OP! Hey, mit dem scheiß Clema konntest du das? Ja! Kann man ja! Yes! Nice move! Ivo ist so weit weg! Ich bin so bescheuert! Äh! Klappst! Ich will verarschen, Mann! Weg! Du kommst schon nicht durch, ne? Biss! No! Ich bin so im Sinne! PauPau! Ja, ja. Geh mal, dieser Typ macht mich ... Ich dachte, du bist aufgelenkt. Nein. Yes! Klappe. 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 Der hat den Scheiß Klappe. Ey, ich habe auch ... Nein. Nah, bam, ins Gesicht! Ja, genau. Und euch ... Fick dich. Habts wirklich getan, man. Ja. ja immer vor der Wind ich gerade noch nein das will ich auch nicht wieso macht der nicht weiter ich roll auch noch in den hab ich gerade mit dem oh ja scheiße oh ja wie er springt auf und voll in den und BAM ne what oh ja gut dass da ein scheiß Schwert oh oh gegen OP oh undschuld nein oh ja ihr springt noch Scheiben Scheiße verdammt oh ja Hallo Lemo ich spring danke zerspult ihn ja ja nein in diesen verdammten Drecksbohm da drin Dolch echt jetzt Dolch BAM ich komm noch andere nein 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 er kommt nochmal oh scheiße du hast jetzt den letzten Screen dreimal du hast jetzt den letzten Screen dreimal du hast jetzt den letzten Screen dreimal Anna muss in Führung gehen naja sag die Kraft bereit für Runde 2 eins 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 oh yes nethog 1 oh yes cool cool okidoki das war meins meins warte ich bin jetzt wieder links oder ich bin orange uuuh gleich kommt es Handel come on bäm 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 saft gibt Kraft saft gibt Kraft saft gibt Kraft wuuu ja 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 na das war schlecht das war besser das war das war idiotisch hey wow ok das geht jetzt schnell nein super eins 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 bereit für Runde 3 round 3 round 3 round 3 round 3 wieder Teil 2 wir spielen na na das Pax Event ok 3 oder oh yeah oh man ooooh so ich bin der super hätte man nicht noch gleichere Formen nehmen ich habe als erstes ausgewählt du hast dann den rosanen ok ich bin der Rosane du bist der Rosane Boy Claymore oh man ich habe das kenne wuppi wuppi der Rosane ja scheiße ich bin der Rosane ja schrecken wir müssen uns Kannst du die Haube nicht machen. Klemmer. Yes. Keine Ahnung, was da passiert jetzt. Du kommst mit einem Deutsch zu einer Schwertparty. Genau. Du kommst nicht vorbei. 2. Was? Ich hab dich doch an. Oh yes. Hier guck mal. Guck mal weiter. Du kommst hier. 2. 2. 3. Ne 2. 2. Das ist ja das 2. Das ist ja scheiß. Das ist ja verfickter Deutschmann. Ich kann es nicht vorstellen. Nein. Du, er hat nun doch vorbei. So dumm. Degn-OP. Degn-OP. Keine Ahnung, was jetzt passiert ist. So gecheatet hier. Jedes Moll springen in verdammt. Scheiße, Claymore. Nein, Klobel. Nein. Ich bin so blöd. Claymore Fight. BAM. Ja, ein Deutsch. Genau. Genau. Oh, er wird man ja wieder beim letzten Scream. GAM. Spawn. Lauf, Kolum. Lauf! Oh Gott. Genau, ich lass. Hat Clay mal liegen lassen und den Deutsch mitmachen. Ja. Hey, das ist so langsam. Hop, 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 hop. Ja, durch. Nein. Nein. Hiha. Nice move. Jetzt aber. Oh, yes. Schimmel. 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 Oh. Ich bin so blöd. Nein. Oh ja, ich glaub das war's. Ich bin so blöd. Danke. Oh ja. Was für ein Geschenk. 2 zu 1. So, steht. 2 zu 1. Oh, yes. So, jetzt wieder den Talk 1. Runde 4. 4. Tada. Ach, du wieder 2. Ich hab wieder 2. Winter. Uh. Und das im Sommer. Und das im Sommer. Und das im Sommer. Spiel 4. Steht 2 zu 1. Erstes Matchballspiel. Der Druck ist da. Am Arsch Matchball. Okay. Der Druck ist da. Und losgehen. Das ist super. Das ist was für mich. Das ist eine Scheiß Map. Oh, yes. Wolltest du das Claymore hin? Hallo. Nein. Wolltest du das Claymore hin? Ja. Voll im Springen. Ja. Voll im Springen. Ja. Äh. B- Creammisch. F- Creammisch. Ja. Voll im Springen. Voll im Springen. hmm einfach gesp- oh yes fliegen fühlen sie einfach gewinnen ich bin runter geflogen das ist fies mann wer da springt ist tot boge oh oh es gibt fest lang kaboom ja ja scheiben keine Waffe keine Waffe keine Waffe ja 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 ich brauche kein Schwert ja 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 oh yes Spalten Warum sporten wir nochmal? Er spornt einfach. Nennt mich Robin Hood. Hallo Robin. Das war einfach... Das ist noch nicht vorbei. Nein! Oh, danke. Oh, danke. Das ist noch nicht vorbei. Nein! Beim Schwert aufheben folgt er ins Wasser. Da war die Gier. Ins Wasser. Das ist so fies. Das Ding ist schnell. Ich bin zu doof. Nein! 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 Wie er es einfach weg wird. Es ist nicht tot! Wuhu! Hihihi! Was? Bad move. Was? Wie lange dauert denn der fucking Screen? Er springt auf wie du mir drüber. Spalt! Nein! Oh, yes! Oh, yes! Der Lack ist... Der Lack ist real und dann... Ah, ah! Okay. Komm her! Ich weiß, du willst werfen. Ich weiß, du willst werfen. Ah! Er spawnt nochmal. Und jetzt. Ich spawne nochmal. F*** dich, Mann. Und ich spawne nochmal! Und ich spawne nochmal! Alter Schwere, ey! Okay! Es kommt also zum Entscheidungsspiel. Okidoki! Okay, steht 2 zu 2. Last round! Alles entscheidende Match und wir spielen... Oh, Klassik! Verdammt! Okay! Oh nein! Oh ja! Die beschissenste Welt! Und das beim Ende! Das alles entscheidende Duell! Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit! Ich bin sowas von bereit! Ich bin orange! Hat er wieder vergessen? Was? Hat er sowas von vergessen? Oh yes! Oh, ich dachte, der Mochi überhaupt keinen einzigen Stich! Yes! Was ist da los? Nein! Du bist tot! Stirb! Stimmt! Ich wollte es in der Luft fangen, hat nichts mit... Nicht mit... Nicht mit dir! Ja, genau! Das war so blöd! Ja! Das auch! Ich hab gar nicht gespielt! Du bist einfach voll in der Messer! Hä?! Wieso ist mein Schwert länger als dein? Weiß ich nicht! Nein! Puh-puh-puh-puh! Und du bist hier! Das war's für heute! Du bist hier! Ich warte immer noch nicht! Das war's! Da ist dein Leben! Ich bin ja, du bist! Was macht er denn? Was macht er denn? Lauf, Schlampe, Lauf! So geht's auf her! What? Ah, ah! Oh, fuck! Jetzt reicht's! Ja! Ihr geht einfach weiterlaufen! Ja! Ah, shit! No, no, no! Ja! Ja! Oh, das war wichtig! Ich hab schon ein feines Green überlebt! Das ist wie... Wie ein Matchball-Oblenden! Das ist wie ein Matchball-Oblenden! Das ist ein fucking Matchball! Ja, ja! So! Shit! Nicht schon hier! Nicht so ein Erfolg! Kein... Du hast ja selber das Messer geworfen! Ja! Ja! Es ist so klar! Nicht ohne Messer! Ich bin nicht wirklich viel weiterkippt! Nächster Matchball! Nächster Match! Nein! 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 Oh, nein, nicht da. Hey, das ist... Er kam aus den Wolken. Nein, das war's. Er kam aus den Wolken. Trace the King. Nein. Alles klar. King of Games, Round 1. Ich hab die 31 Mal gekillt. Ja, bringt auch nichts. Bringt überhaupt nichts. Okay, 1 zu 0.